Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 24. Oktober 2022, die Geek Talk Daily 1261 und wenn alles gut kommt, kommen die Dailies jetzt wieder regelmässiger. Meine Bronchitis ist relativ, in Anführungs- und Schlusszeichen, draussen, also das meiste zumindest. Also, wir haben heute die folgenden Themen. DaVinci, Fitness Plus, EU-Code Weeks, HP, YouTube Premium, iPad 10 vs. iPad Air 5, Backups und Updates. Und ich beginne gleich mit DaVinci, genau gesagt DaVinci Resolve. Als Apple die neuen iPad-Modelle vorgestellt hat, das neue Schul-iPad, das iPad 10, sowie die iPad Pro-Modelle, die neuen, die oder von denen ihr vielleicht bald hier und drüben im Blog mehr hören und lesen werdet. Da hat Apple auch bekannt gegeben, dass noch im Laufe dieses Jahres neue verschiedene Pro-Apps mit aufs iPad kommen werden. Da hatte der Pogipsi natürlich aufgehorcht, denn er hofft natürlich immer noch auf Final Cut aufs iPad. Apple hat aber nicht von eigener Software gesprochen, sondern von Dritt-App-Anbieter-Herstellern, unter anderem DaVinci Resolve. Das schnitzt in die gleiche Kerbe, ist auch übertrieben für das, was ich an Video mache, aber es wäre eine der Möglichkeiten, auf dem iPad Videos zu bearbeiten. Und zwar mit den extrem mächtigen, oder ja, doch sehr mächtigen Möglichkeiten, die euch Blackmagic mit seinem DaVinci Resolve bietet. Die App wird per Ende des Jahres, also noch im vierten Quartal dieses Jahres, auf das iPad kommen, es soll eine kostenlose Version geben und es soll eine kostenpflichtige Version geben. Viel mehr ist noch nicht bekannt, ausser dass sie logischerweise natürlich neben dem M1-Chip auch den M2-Chip, den neuen unterstützt und damit super schnell und genial Videos machen kann. Ich werde da mal einen Blick drauf werfen. Ja, heute ist es soweit. Heute gegen Abend kommen die Updates unter anderem, aber da komme ich nachher dazu, die Updates in iOS 16.1, iPad OS 16.1, Mac OS Ventura, Watch OS 9.1 und TV OS 16.1. Und natürlich auch der HomePod bekommt ein Update auf 16.1. Aber dazu, wie gesagt, nachher nochmals kurz. Es geht jetzt zuallererst um Apple Fitness Plus. Denn Apple hat auch angekündigt, dass sie das Ganze öffnen werden. Apple Fitness Plus kann man nun nicht mehr nur mit einer Apple Watch nutzen, sondern auch mit einem iPhone. Denn auch das kann man auf dem Körper tragen und somit dann die sportlichen Möglichkeiten tracken. Also wie Schritte zurückgelegt und Art der Sportart etc. Was natürlich nicht geht, ist Puls und all die ganzen Geschichten. Aber da gibt es neue Möglichkeiten. Ich freue mich schon auf die ganzen neuen Challenge-Möglichkeiten. Seid ihr da draussen? Habt Apple Fitness Plus? Oder generell trackt ihr eure Fitness? Schreibt mich doch mal an über die ganzen Möglichkeiten. Hier über die Kommentarfunktion, aber auch Mail und Social Media. Wir können uns da gerne vergleichen und ein bisschen, wenn ich dann wieder fit bin, auch mal vielleicht eine ein oder andere Sportgeschichte machen. Eins nach dem anderen. Was ist aber auch noch neu? Neben der Möglichkeit, auf der Apple TV zum Beispiel Fitness Plus zu nutzen und dann da Möglichkeiten zu haben, habt ihr auch ganz neu Taylor Swift bei den Fitness Plus Musik mit drin. Da bin ich gespannt und ich freue mich schon. Auch wenn ich aktuell noch, was Sport anbelangt, sehr, sehr eingeschränkt bin und auf Spaziergänge zurückgreifen darf. Aber auch das kann Sport sein für den einen oder anderen. Dann feiert Apple jetzt schon zum zehnten Mal, also sie machen schon zum zehnten Mal die EU Code Week mit und das wird natürlich kräftig gefeiert. Um was geht es bei der EU Code Week? Da geht es darum, junge Menschen, SchülerInnen und Schüler darauf aufmerksam zu machen, dass neben Französisch, Englisch, Chinesisch und all den anderen Fremdsprachen noch praktische Fremdsprachen gibt, wie eben die Möglichkeiten des Programmierens, um das ganz einfach zu sagen. Und da hat natürlich Apple mit Swift Playground eine geniale Möglichkeit, um einen Eintritt in die Richtung zu ermöglichen, womit man dann auch schnell mal eine App umsetzen kann, um das Ganze für sich selber auszuprobieren. Es gibt da natürlich auch diverse andere Möglichkeiten. Es gibt auch Spiele, die das erlauben, helfen zu programmieren oder zumindest lernen zu denken, wie man beim Programmieren vorgeht. Und das alles sollte unterstützt werden, auf jeden Fall. Dann habt ihr neu die Möglichkeit, euch ein günstiges, mobiles Rechnerteilchen zu kaufen, was macOS drauf hat. Also zumindest suggeriert es die Werbung so. The perfect laptop for all the necessary aspects of your jobs. Oder Job besser gesagt. Genau. HP bewirbt den Laptop, der perfekt ist für digitale Nomaden, die da draussen sind, täglich im Starbucks um den Eck ums WLAN gehen und dann ihrer Arbeit nachgehen. Ja. Nur das Problem ist, auf diesem Screenshot, wo ihr den HP Laptop einmal von hinten und einmal von vorne seht, ja, da ist ein macOS Screenshot. Ihr habt links oben den Apfel. Ihr habt die drei Punkte, rot, gelb und grün, zum Schliessen, Minimieren und Maximieren. Keine Ahnung, was da der Praktikant wieder getan hat und noch viel schlimmer, was die Marketingabteilung freigegeben hat. Ihr seht einen Gmail-Posteingang in macOS auf einem HP-Gerät. Das ist richtig so. Ne, kauft euch das Produkt nicht, wenn ihr macOS laufen lassen möchtet. Kauft euch ein Apple-Device. Das funktioniert deutlich besser. Genau. Dann YouTube Premium. Der Mike hat sich ja vor kurzem in der Geek-Talk-News-Episode echauffiert über die ansteigenden Preise bei Apple und ich habe ihm da schon mal gesagt, das wird nicht alles sein. Da kommen noch viele andere Hersteller und Dienstleister auf den Trichter, dass sie mit den Preisen nach oben gehen müssen. Wegen Wertverlust, wegen EU, US-Dollar und so weiter. Der Euro fällt ja in grossen Mengen nach unten über die letzten Jahre gesehen. Und so ist es jetzt auch. YouTube Premium geht hoch. Familien zum Beispiel, die bis anhin 17,99$ gezahlt haben, zahlen in den USA neu 22,99$. Nicht nur in den USA, auch in Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden, also Eurozone, ging der Preis schon nach oben. Ich gehe mal ganz stark davon aus, wir werden nächstens auch hier bei euch in Deutschland und auch in der Schweiz vielleicht eventuell über Preiserhöhungen sprechen müssen. Und da kommen sicherlich noch viele weitere mit dazu. Drüben auf dem Pogipsi.ch-Blog habe ich zum Start des neuen iPad 10 einen Beitrag geschrieben oder einen Vergleichsbeitrag gemacht vom iPad der 10. Generation, dem neuen Schul-iPad mit einem coolen neuen Design und dem iPad Air 2022, also der iPad Air 5. Was sind da die Unterschiede, für wen ist welches Gerät gedacht? Das könnt ihr vielleicht aus diesem Text herauslesen, ansonsten bedient euch der Kommentar- oder E-Mail-Funktion, schreibt mir über Social Media oder die ganzen anderen Geschichten. Ja, und heute ist es eben endlich soweit. Nicht nur das iPhone, was ja vor kurzem schon die neuen Funktionen bekommen hat, jetzt kommt endlich auch das iPad mit dazu. iPad 16.1 wird ausgerollt heute Abend und wenn ihr wissen möchtet, welches iPad von euch das Ganze noch als Update bekommen kann, auf daily.giktok.ch findet ihr den Link dazu, wo das Ganze beschrieben ist. Das Gleiche gilt übrigens auch für euren Mac. Auch die bekommen das Update auf MacOS Ventura. Ich freue mich unter anderem auf iPad, iPhone und iOS, auf die Familienfotogeschichte, um das Ganze einfacher zu teilen und viele andere neue Funktionen. Und auch für den Mac findet ihr einen Link, wo ihr sehen könnt, ob euer Mac dem Update überhaupt mächtig ist. Das war es mit den heutigen Themen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen und guten Start in die neue Woche. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.